Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rainbow Six Siege. Mein Name ist Dallas & Berger und heute versuchen wir mal ein Ranked Spiel zu machen. Mission ist, zwei Runden mit IQ zu gewinnen. Na ja, mal gucken, ob wir das im Ranked Mode machen. Wir gucken mal, ob wir auch ein Ranked Spiel überhaupt finden. Das ist natürlich die absolute Voraussetzung. Oh. Such deinen Gegner. Ich gegen alle. Schnell noch ein Schlückchen trinken. Und wir scheinen in einem Pre-Made Team zu landen. 127, 110, 133, 130. Oh, scheiße. Der eine hat hier sogar Diamond. Gold 3, Gold 3, Silber war das noch. Der hier hat auch 1,9 Win. Oh, das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch einen würdigen Gegner suchen. Und das ist ja all bekanntlich die größere Herausforderung. Ja, bald ist alles sowieso. Ich mach mal kurz hier in Google. Kann ich schon mal reden? Rainbow Six Siege. Hat er sogar aufgemacht. Kann ich schon mal reden? Rainbow Six Siege. Aha. Neuer Operator schon im Februar. Den Artikel hab ich gesucht. Jetzt suchen wir aber schon ziemlich lange hier nach dem Gegner. Ähm. Bam Bam. Gucken wir mal. Wartet endlich die erste Erweiterung. Irgendwas hier zieht. Oh, Februar ist ja schon lange rum. Hoppala. Oh, wir haben ein Match gefunden. Oh. Und es werden wohl Amerikanische wieder. Oh. Das finde ich jetzt aber merkwürdig. Das finde ich jetzt aber merkwürdig. Na gut. Dann sei es mal so. So, alles zurechtgelegt. Und Action. Bombe, Bombe finde ich auf dieser Map hier ekelhaft. Ich rede mal mit ZX. Ich guck oben. No. Ich hab die Bombe schon gesehen, aber er hat sie irgendwie nicht. Das sind nicht allzu gute Voraussetzungen. Elektronik-Skanner aktiviert. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich es. Ja. Fetscher ist leider down. So, wir gehen mal am besten jetzt vor. Bis irgendwelchen Gründen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Eigener Trupp getötet. Okay, der ist echt ein bisschen entschieden. Ähm. Ja. Scheiße. Der spielt wirklich mit Aim-Bot. Also das war... Also Wallhack und Aim-Bot wird er haben. Keine Schnitte. Wie konnte der wissen, dass ich auf dem scheiß Dach bin? Ich hab zwar Geräusche gemacht, aber in dem ganzen Chaos, das da vorne abgegangen ist, war das wohl eigentlich unmöglich, herauszufinden. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Schutzplatz einsetzen. So was ist echt armselig. Also das ist bitter. Hacker-confused. Also... Normalerweise... Akzeptiere ich ja immer, wenn jemand besser ist als ich. Ja, dann sag ich okay. Und... Spottos, ne? Dann sind wir halt besser als ich, aber... durch den Cheat für gewinnen ist halt. Nur noch 10 Sekunden. Echt einfach nur unfassbar bitter. Fünf Sekunden noch. Und einfach nur unfassbar. So, machen wir hier nochmal dicht. Starte Störsender. Und... Ja, hier setzen wir auch nochmal einen rein. Störsender einsatzbereit. So, und gucken wir mal, ob wir... Also, ob wir überhaupt einen Kill machen können. Wahrscheinlich sind das alles Cheater und der... Der spielt nur aktiv. Oh, Leute, wir haben einen weggemacht. Ja. Per Headshot. Ich bin echt mal gespannt, ob wir da schon dagegen haben. Dr. Pro-Guy. Ja, Cheater down. Letzter verbleibender Gegner. So, kampieren wir uns mal hier ein bisschen hin. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trucks. So. Was wird er machen? Oh, war's. oppression wird also. Oh, war's. Oh. ach komm mal da eigener trug eliminiert mission gescheitert vor allem wir hatten der mich dann wieder durchgesehen der hat mich noch nie im leben sehen können never und alles cheater bei denen die haben einen rausgekickt trotzdem hier das 02 das macht die sache jetzt nicht gerade besser was machen wir dagegen jetzt ich habe auch scheiße gespielt einfach gerade er ist runtergesprungen ich habe jetzt einer von unserem lieben wäre jetzt versuchen wir euch das recht platt zu machen zehn sekunden bis einsatz noch fünf sekunden das ist also das war mies entschärfer wurde erneut gesichert halt nach anderen ausschau ich scanne nach elektronik ich habe eine bombe aufgespürt der entschärfer ist nicht länger in deinem besitz lol das war eine fucking drohne ich habe die ganze zeit gedacht das ist ein pult ups klar für durchbruch oh no oh no wie unlucky ich kenne die map so gut wie gar nicht haben wir uns jetzt vier gegen fünf platt machen lassen da noch zu gewinnen wäre ein bisschen unverliegt jetzt ich bin alle nicht so ganz respekt du hast ihn gesehen starke leistung das einzige was ich diese runde gemacht habe ist es hinzukriegen die team drohen abzuschießen weil wenn puls da so aktiv ist dann sieht man das halt auch dadurch leider ja nehmen wir nur clubraum arsenalraum ja jetzt beleidigen die uns als alter wie das das ist so bitter einfach nur die bomben schützen ich meine sowas ist doch lächerlich eigentlich das kann man nie im leben ernst nehmen aber ich werde wahrscheinlich auch roben gehen ich werde meine dinger platzieren und dann werde ich die gegner haben eine bombe entdeckt und roben dann nehme ich mir hier noch was es bleibt noch zehn sekunden keine ahnung ob sowas funktioniert just try it der gegner hat eine bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit wer macht das zu muss ich leider nochmal aufmachen Tor lege wenn ich im roame modus einen weg machen kann ich werde euch zur teamleistung einiges beigetragen so gucken wir mal verarschert was sie haben sie noch gefunden scheiße sie haben sie noch gefunden Ich lasse das C4 hochgehen Das hätte ich jetzt echt gerne oft gehabt. Was machen die denn hier für lustige Sachen? Ach, Hallöchen. Der kocht, die Dinger. So, nicht, Freundchen. So, ist hier irgendjemand. Darf es nur nicht nur aus diesem Raum hier kommen. Termin und Thatcher sind tot. Aber das ist sehr gut. Da habe ich den einen weggemacht. So, weggemacht, die Sau. So, ich habe alle Gegner eliminiert. Zwei Stück haben wir geholt. Und da haben wir ihn erwischt. Jetzt müssen wir jetzt Serious Gameplay machen. Wir müssen es auf jeden Fall schaffen. Dann werde ich für das Team, den hier noch picken, der Ausrüstung. Ich werde mit bei denen spawnen. So. Zwei zu zwei steht es. Gar nicht mal so schlecht. Cheater, Idiot. Ah, ich bezweifle, dass es mein Team wird entschieden. Der andere, der war cheat. Das war krank. Ich weiß gar nicht, ob die da unten schon gewonnen haben. Naja, haben sie nicht. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. No, ich wollte gerade unter den Tisch fahren. Aber wir haben immerhin lokalisieren können, dass es Cup Canva. Der Schafer ist jetzt. Und das ist gut. Und so Bombe vor und entschaffen sie. So, da war auf jeden Fall einer. Wechsel das Magazin! Ich bin bereit. Schocktrag kaputt gemacht Ich hab ihn nur ganz knuff gesehen Verdammte kack, ist schlecht aus Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Jo, klar, dass der mir da gibt und ich ja keine scharnende Mitte habe. Diesmal schlecht von mir. Der braucht unbedingt Support. Oh, er hat sich jetzt überlebt, das war gut überlebt. Blitz! Uh, der rennt weg! Er hat Angst! Bärenfalle. Ne, haben die gar nicht. Trottel. Boah, der ist gut, der Blitz. Ist der Blitz zufälligerweise? Letzter verbleibender Gegner. Jo. Nein! Nein! Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Nein, bitte helft euch jetzt ein bisschen, Leute. Der andere, wo ist der andere? So. Oh, oh! Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Was packt der so nicht? Oh, du Trottel! Das hättest du dir vorher sagen können! Entschärfer wurde deaktiviert. Verdammt! Der Entschärfer wurde zerstört. Ihr habt verloren. Das war ein viel zu kleiner Schlitz, den der da hatte. Es lief so gut. Warum habt ihr nicht einfach den Typen weggemacht? Warum musstet ihr immer nicht dieses hässliche Ding planten? Ihr hättet den voll überrennen können. Oh, komm, gib mir mal Frost. Ah, scheiß doch die Wand. Oh, nee. Oh, ich hätte... Ah, Puls ist sowieso schon belegt. Na, okay, dann ist egal. Die Bomben sichern. Wenn wir hier oben haben... So. Weil ich werde jetzt nämlich die Turm wechseln. Mal nehmen wir einen Matten. Einmal hier. Einmal hier. Mal komm, hier. Das nehm ich hier nochmal. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Oh, scheiße, ich bin so zu langsam. Ich habe den Gegner entdeckt. Und hier. Die Dinger haben wir zugemacht. So. Ich lade nach. Hat er den mal Eiskel weggemacht? Hocken wir hier zu zweit, ey. Habe ich da für eine Sist bekommen? Ich glaube schon. So, wir warten mal ein bisschen kurz. Gucken mal, was die Kameras sagen. Da machen wir mal was. Oh, shit. Ich habe den weggemacht. Kein Kontakt. Nix. Das war noch bei mir. Er ist ebenfalls down. Nice. Nice. Und das war ein Kill für mich sogar. Weil ich einen down bekommen habe. Boah, ich war gerade... Reaktion von einem Fisch, ey. Holy moly. Dass ich den da noch... Zum Glück hatte ich halt diese Waffe. Sonst wäre das niemals so gewesen. Dass ich das Glück hatte, dass ich ja noch zweimal den Schuss absetzen durfte, ey. Krank. Na, wollen wir den wirklich haben? Spielen wir mal lieber mit dem, mit dem ich am besten zurechtkomme. Und das ist tatsächlich... Fuck. Okay, Johnny schreibt mir... Haha, okay. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich muss mir gerade durchlesen, was mir ein Kollege geschrieben hat. Das ist ziemlich witzig. Das ist echt gut. Scheiße. Die haben den Keller... Ah doch, den Keller haben die hingekriegt. Da dürfen die jetzt nicht. Wie komme ich denn dahin, wo wir vorhin waren? Verdammt. Achtung. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ach, wir sind in Overtime. Da dürfen die da wieder hin. Ja, leckt mich am Marsch. Wie komme ich da hin? Scheiße. Fuck. Hat doch hier. Bisschen bis Einsatz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entscharft sie. Wie sieht es recht safe aus? Ich will auf keinen Fall wieder von hier reingehen. Das ist mir nicht sicher genug. Ich hab den entschärfer. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ich will den nicht haben. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ich will den nicht gar nicht da hin. Dann fangen wir sie rein. So, machen wir es noch wieder das da auf. Ups. Not the plan. Okay. ich habe nicht gedacht verdammte scheiße ich habe nichts beigebracht mit der angreifer phase das ist schon wieder gut weil letztes mal auch hart bei denen das ist bitter das könnte vielleicht eine fünf vierer runde werden die machen jetzt eine wir machen so eine rück muss sterben immer so was einer wird gewalt das motorrad da oben ist anfängt immer kratzer auf das gefällt mir gar nicht den clandoktor pro grai der ist absolut behindert aber die können nämlich nix die jungs außer dieser schnopp oder doch schon ein paar spiele ich bin ja halt mit rang 4 sind sich auch echt das schlechteste kda ist halt auch scheiße wie ist sie eigentlich gerade 454 wie gesagt die jungs können halt gar nix es ist alles nur dieser schnopp das wird nichts mehr der kann auch nix die ganze da hinten rumgegammelt mal lucky treffer wenn wir wieder verteidigen meine fresse komm gib mir noch mal die gute alte wo wollt ihr hin clubraum arsenalraum von mir aus hier soll es recht sein hier soll es recht sein jäh wie die twitch schuld ach so ja wie die twitch schuld ein kumpel schreibt mir nur so jäh wie die twitch schuld also ich so twi schuld scheiß die warte witsch dumm heute wie lange nehmen wir eigentlich schon auf 32 minuten jo das ist eine recht lange folge diesmal so ich werde meine dinge auch mal schnell los das dürfen wir jetzt nicht verlieren jetzt lassen wir uns eiskalt von so ein paar nabbelz abziehen so wo placen wir einmal hier 10 sekunden können wir das vielleicht irgendwie die gegner haben eine bombe lokalisiert verteidigung entsprechend plan es bleiben fünf sekunden der gegner hat eine bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit vielleicht achtet da keiner so drauf wer weiß wer weiß und dann platzieren wir hier noch ein nur für den fall und äh placen würde ich mich gerne hier vorne so roman ist jetzt zu spät ich habe die feinde im blick hier scheint noch alles ruhig zu sein die suchen noch die suchen noch zu von 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 Hallo. Habe ich den denn erwischt? Keine Ahnung. Lol, einer ist schon wieder down? Kann aber nicht wahr sein. Oh, da! Die können unmöglich wissen, dass ich hier bin. Ich wurde entdeckt. Von wo? Von was? Wie? Irgendwo hier drinnen muss einer sein. Ich frage es nur wo. Wo ist die scheiß Kamera? Die ist gut geplantet. Oben. Magazin wird geladen. 4 gegen 3 nur noch. Ich wurde schon wieder entdeckt. Das kann nicht wahr sein. Wo ist die Drohne, die mich hier so mobbt? Okay, jetzt wird es ernst. Kämpfen. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Nice. Boah, mein größter Feind, diese Kack-Drohne, die hier irgendwo war. Ich habe sie nicht gefunden. Nicht gesehen. Vielleicht habt ihr Zuschauer sie ja gefunden. Könnt ihr mich in den Kommentaren ja mal drauf hinweisen? Ah, das finde ich jetzt ein bisschen bitter von mir. So, angreifen. Oh scheiße, wir müssen angreifen. Unsere letzte Chance. Achse. Na komm, wir probieren nochmal Thatcher aus. Wir brauchen die EMP Nates. 4-4, Alter. Spannender kann es ja gar nicht bloß sein, ey. Das ist ultra-spannend. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzubauen. Ist klar. Nein, ich bin runtergefallen. Die können hier unten nicht sein. Ich war gar nicht mal gerufen. Okay, das ist ja ultra-gewollt, dass ich hier runterfahre. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Bitte lasse die Dinger einfach oben sein, irgendwo. Ja. Nice. Komm, du kriegst mich nicht. Hulu. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Nein, ich wollte da rausfahren. Da um die Ecke kann man ja nicht fahren. Oh. 40, 40 Minuten. Entschärfer wurde zurückgeholt. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. So. Gucken wir mal. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht in diesem Gebäude hier sitzen. Drohne bereit. Da. Da ist dicht. Wechsele Magazin. Vorsicht. BMP. Ich habe den BMP in keinen Heim geworfen. Warte nach. Echt? Die haben ja nichts. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Achtung, er ist geklopft. Ich bereite eine Sprengladung vor. Ich baue etwas Rauch auf. Erschärfer wurde erneut gesichert. Ganz dumme Idee. Natürlich wusste der, wo ich bin. Es war ja auch Puls. Warum bin ich da reingegangen? Entschärfer wurde verfolgen. Oh nein, jetzt verlieren wir das auch noch. Was für ein Luck, dass die angreifen durften. Wenn du dir kein Header gibst, habt ihr keine Chancen mehr. Ich habe den einfach online gesichert. Loll, ich habe den einfach online gesichert. Was ist das? Ich habe den einfach in mir geholfen. Ich habe den einfach in mir geholfen. Ich habe den einfach in mir geholfen. Guck Ja 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 Er hat's nicht geschafft Die Nails Diese Nails Holy fuck Spannend Bis in die letzte Sekunde Sag ich euch Holy fuck Das war jetzt Ein richtig geiles Game What the fuck 42 Minuten Aufnahme Bereits schon Das ist viel Das ist ultra viel Holy shit Mein Puls pocht mir immer noch Ich wollte eigentlich Jetzt noch 3-4 Runden aufnehmen Hat mir gedacht Ich könnte jetzt schon Bei der fünften sein Gammelste immer noch Bei der ersten Runde rum 5-4 gewonnen What the fuck Die waren Eine harte Nummer Die waren echt gut Wir waren besser An den Stelle Äh An den Stelle An den Stelle Ich mich bedanken Für zuschauen An den Stelle Wir sehen uns nächstes Mal An den Stelle Tschüss Die waren echt gut